1. Ist Ihre Hüftstreckbeweglichkeit auf beiden Seiten so frei, dass sich Ihr Knie beim Gehen während der Standbeinphase locker bis hinter den Hüftknochen verschiebt? 2. Lassen Sie Ihre Hüften so locker, dass sich, wenn Sie auf dem linken Bein stehen, während das rechte Bein einen Schritt nach vorne macht, Ihre linke Beckenseite beim Gehen so weit nach hinten schiebt, dass, wenn Sie in dieser Schrittstellung stehen bleiben und an sich nach unten schauen, Ihr Becken sichtbar nach links gedreht ist und nicht gerade nach vorne schaut?